Nämlich den, der vorher die Nummer 9 hatte, jetzt die Nummer 8, trägt Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 13.030, jetzt Rechtssicherheit für offene WLAN-Netze herstellen, Störerhaftung abschaffen und Lock-in-Pflicht verhindern. Ich öffne die Aussprache und für die Piratenfraktion begründet diesen Antrag nun Herr Kollege Lammler. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier und auch zu Hause am Stream. Das Land NRW unterstützt offenes, freies WLAN, insbesondere die Freifunkinitiativen, und das ist gut so. Und ja, da kann man ruhig klatschen. Und auch die EU-Kommission will freies, offenes WLAN-Netz, und auch das ist ganz gut so. Was aber nicht so ganz gut ist, ist die Tatsache, dass es weiterhin keine Rechtssicherheit für Anbieter von offenen WLANs gibt, die den Zugang zum Internet ermöglichen. Rechtssicherheit, so scheint es, gibt es nur für Abmahnanwälte und die rechte Inhaberlobby. Und das nach der vergeigten Änderung des Telemediengesetzes im Juni 2016 und nach dem Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofs. Der hat vor drei Wochen zwar grundsätzlich geurteilt, dass Gewerbetreibende, die offenen WLAN-Hotspots in ihren Geschäften anbieten, nicht für die Inhalte verantwortlich gemacht werden können, die ihre Kundschaft oder die Passanten runter- oder hochladen. Aber nun soll man möglicherweise durch eine Anordnung dazu gezwungen werden, das offene WLAN durch ein geschlossenes mit Login- oder Passwortpflicht zu ersetzen. Was offensichtlich die europäischen Richter und auch die Gesetzgeber auf europäischer Ebene und im Bundestag nicht erkannt haben, ist, dass sie damit den offenen, freien Zugang zu einer elementaren Infrastruktur für alle verschließen. Diese mögliche Anordnung zeugt vor allem von einem, von mangelndem technischen Sachverstand beim Europäischen Gerichtshof. Und das ist sehr schade. Die verantwortlichen Gesetzgeber haben offensichtlich leider immer noch nicht erkannt, dass ein offener Zugang zum Netz genauso wichtig ist, wie der offene Zugang zu öffentlichen Straßen oder Plätzen. Und ich bediene mich mal an dieser Stelle dieser eigentlich unsäglichen Begrifflichkeit der sogenannten digitalen Autobahn. Schon mal gehört? Ja, furchtbar. So, also wir halten fest. Man findet sich damit ab, dass wir in einem Staat leben, in dem alle Daten Autobahnen privatisiert sind. Man findet sich damit auch ab, dass wir in einem Land leben, in dem alle Daten Landstraßen einer Handvoll von Großkonzernen gehören. Und man findet sich damit ab, dass wir in Kommunen leben, in denen fast alle kommunalen Datenwege in privater Hand sind. Und denen, die vor ihrer Haustür ein bisschen digitalen Schotter verbreiten, damit die Gäste nicht im signallosen Raum versinken, denen signalisiert der Gesetzgeber nicht nur Unverständnis und Untätigkeit, Nein, den gastfreundlichen, hilfsbereiten Datensamaritern, die offene WLANs betreiben, drohen jetzt auch noch von obergeordneter Stelle die Pflicht, Schranken aufzustellen. Schranken überall, digitale Wege in Fürstenhand. Herzlich willkommen im digitalen Feudalismus, meine Damen und Herren. Beim Betreten quasi dieser digitalen Pfade soll erstmal überall kontrolliert werden. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und die Identität der Nutzenden, die wird zum digitalen Wege zoll. Aber was erhofft man sich davon? Was erhofft man sich davon, dass weniger geklaut wird, dass weniger geschmuggelt wird? Nein, das hat auch früher nicht funktioniert. Überaltete Strategien helfen dann nicht weiter. Was wird passieren? Es kommen einfach weniger Menschen und es kommen weniger durch. Will man Zugang aufbauen, muss man Barrieren abbauen. So einfach ist das. Die Schranken auf Autobahnbrücken, man kennt das vielleicht in NRW. Diese Schranken führen genauso dazu, dass neben den unerwünschten Lkw auch Pkw stecken bleiben. Und ich will nicht in einem Bundesland leben, in dem Herr Groschek bald auch feierlich digitale Freifunkschranken öffnen muss, weil die Bundesregierung wieder gepennt hat. Das will ich einfach nicht. Eingangskontrollen für das Internet bedeuten weniger Nutzer. Surfen überall, das geht dann nur für die, die sich einen teuren Datentarif leisten können. Und die digitale Kluft zwischen Menschen wird immer größer. Und wovor haben wir eigentlich Angst an dieser Stelle? Wovor haben wir überhaupt Angst? Wieso diese ganze Kontrolle? Wieso diese ganzen Zwänge? Wie viele der Millionen internationalen Gäste in diesem Bundesland werden wohl auf ihren Smartphones unrechtmäßig kopierte Inhalte zum Download anbieten? Zum Beispiel, wenn sie Düsseldorf besuchen. Wie viele davon? Wahrscheinlicher ist es, dass diese Gäste mal vielleicht illegal an einer Erdbeere oder einer Traube am Obststand naschen, als irgendwelche Lieder zum Download anzubieten. Wollen wir deswegen Marktplätze mit Zugangskontrollen ausstatten? Wollen wir das? Nein, ich denke nicht. Nur weil dort jemand etwas Illegales tun könnte. Stellen Sie sich mal vor, Ausweiskontrollen hier am Karlsplatz, kaum Kilometer von ihr entfernt. Wäre das sinnvoll? Da würden aber die ganzen Marktbetreiber ordentlich auf die Barrikaden gehen. Das geht nicht. Aber genau das tun wir im digitalen Raum. Meine Damen und Herren, alle, die offene Zugang zum Netz einschränken wollen, müssen endlich verstehen, dass es sich um eine grundlegende und in Zukunft immer wichtiger werdende Infrastruktur handelt. Und wir brauchen offene Netze für eine offene Gesellschaft. Punkt. Und an dieser Stelle freue ich mich auf die Debatte zu unserem Antrag in den Fachausschüssen. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder auch aus NRW ein starkes Signal Richtung Bund und Europa aussenden würden. Vielen Dank. Applaus Dankeschön, Herr Lammler. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Vogt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Lammler, bei der Relevanz von offenen WLAN-Zugängen für die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind wir uns, glaube ich, einig. Die Anzahl von offenen WLAN-Zugängen steigt. In vielen Städten, in vielen Gemeinden bieten sowohl die Kommunen als auch private Anbieter offene WLAN-Zugänge an. Und diese Landesregierung und auch ein Großteil dieses Parlaments hat das sehr früh erkannt, früher erkannt als viele andere Bundesländer. Auch hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag haben wir eindeutige Beschlussfassungen dazu. Mit großer Mehrheit haben wir verschiedene Anträge pro offener WLAN-Zugänge verabschiedet. Die meisten hier haben auch zugestimmt. CDU und FDP hatten hier das ein oder andere Problem. In den Kommunen waren die oft weiter als hier im Landtag. Aber insgesamt hatten wir hier Mehrheiten für Anträge. Ich erinnere schon an 2013. Da haben wir einen Antrag gemeinsam beschlossen, offene Zugänge zum Internet schaffen. Wir haben im Juni 2015 gemeinsam einen Antrag hier eingebracht zwischen SPD, Grünen und Piratenfraktion, der übertitelt war mit Freifunk in NRW, Bürgernetze ausbauen und weiter stärken. Und wir haben hier eine eindeutige Beschlusslage pro offener WLAN-Zugänge und auch pro Freifunk. Wenn wir uns ansehen, was wir hier beschlossen haben. Wir haben beschlossen, dass öffentliche Gebäude, die im Landeseigentum stehen, für Freifunkinitiativen zugänglich gemacht werden sollen. Wir haben über vermehrte Informationen pro offener WLAN-Zugängebeschlüsse gefasst. Und wir haben auch finanzielle Förderungen für Freifunkvereine und für die Infrastruktur hier im Landtag beschlossen. Und wir haben noch mehr gemacht. Wir haben erst kürzlich das Programm, beziehungsweise die Landesregierung hat es natürlich aufgelegt, 100-mal WLAN, eine Million Euro stehen bereich, offene WLAN-Zugänge in öffentlichen Gebäuden des Landes einzurichten. Und in vielen Städten laufen wirklich gute Initiativen. Zum Rechtlichen. Auch hier hat die Landesregierung eine klare Position. Die Ministerpräsidentin hat schon auf dem Medienforum im vorletzten Jahr sich klar für offene WLAN-Zugänge ausgesprochen. Diese Landesregierung hat für mehr Rechtssicherheit bei der sogenannten Störerhaftung gekämpft. Wir haben das Telemediengesetz auch auf Initiative von Nordrhein-Westfalen in eine Form bringen können auf Bundesebene, die wesentlich besser ist als der erste Entwurf der Bundesregierung. Diese Landesregierung hat über den Bundesrat mit dafür gekämpft, dass es eben keine Passwortvorgabe im Telemediengesetz geben konnte. Und das alles auch mit Erfolg. Von daher gibt es hier eine ganz klare Position dieser Landesregierung. Und wenn wir jetzt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sehen, Sie hatten gerade darüber berichtet, Herr Lammler, da gibt es verschiedene Punkte, die, was beispielsweise die Verschlüsselungsproblematik angeht, die durchaus kritisch sind. Und darum müssen wir diesen Punkt auch weiter diskutieren. Wir freuen uns auf die Diskussion im Ausschuss. Eins ist klar, dass wir hier auch gemeinsam mit Ihnen diskutieren wollen, wie wir weiter von Nordrhein-Westfalen auf diesem Weg bleiben, wie wir Rechtssicherheit für offene WLAN-Zugänge auch in Nordrhein-Westfalen und natürlich darüber hinaus sicherstellen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogt. Und für die CDU-Fraktion spricht Herr Stein. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, in dem Antrag tut die Fraktion der Piraten so, als führe das EuGH-Urteil zur Störerhaftung zu großer Unsicherheit. Diese Sichtweise deckt sich aber nicht mit der Realität. Halten wir doch einmal fest, was in den letzten Monaten erreicht worden ist. Das Providerprivileg ist deutlich ausgeweitet worden und gilt nun auch für Gewerbetreibende, die öffentliche Hotspots anbieten. Die Zahl der Hotspots vergrößert sich dadurch und schafft so einen Vorteil für die User. Das EuGH-Urteil bestätigt ausdrücklich, dass WLAN-Anbieter von der Haftung für Rechtsverletzungen Dritter befreit sind. Nach der E-Commerce-Richtlinie haften diese WLAN-Anbieter nicht als Störer für rechtswidrige Handlungen Dritter, wenn sie die Übermittlung nicht veranlasst, den Adressaten nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. Sie fordern in Ihrem Antrag allerdings dann auch eine völlige Sanktionsfreiheit. Und eine völlige Sanktionsfreiheit, Herr Lamna, die kann es da nicht geben. Sollten über einen dieser Hotspots dauerhaft Rechtsverstöße verübt werden, dann muss hier auch der Staat die Möglichkeit haben, handeln zu können. Ihre Forderung gleicht ja doch einem Carsharing-Modell ohne Registrierung, bei dem die Autos keine Nummernschilder haben, der Schlüssel steckt und jeder kann das Auto fahren, egal wie. Und dieses lädt doch geradezu zum Missbrauch ein und darf in einem Rechtsstaat so nicht stattfinden. Deshalb sind diese Bestrebungen auch auf europäischer Ebene in der Durchsetzungsrichtlinie für Urheberrechte klare Grenzen gesetzt. Und außerdem hat der EuGH auch entschieden, dass die Einrichtung eines Passwortschutzes für den Internetzugang gerechtfertigt ist. Insofern hat diese Forderung nach absoluter Anonymität, die Sie ja auch stellen in Ihrem Antrag, schlechte Aussichten juristisch bestehen zu können. Und vielleicht können wir uns gerade da dann auch, weil wir den Antrag ja in den Ausschuss überweisen, über die engen rechtlichen Rahmen austauschen und etwas differenzierter unterhalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stein. Und für die Grüne Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Bolte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Einstieg vielleicht, Kollege Lambler. Ich habe mich eben so ein bisschen schwer damit getan, als Sie dem Europäischen Gerichtshof einfach mal pauschal einen Mangel an technischem Sachverstand unterstellt haben. Ich glaube, er hat schon Urteile gefasst, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung, wo wir jedenfalls in der Einschätzung, dass bei diesem Gericht sehr, sehr viel Sachverstand, sowohl in technischer wie in rechtlicher Hinsicht, vorhanden ist, übereinstimmen und zusammenkommen. Insofern so pauschal Urteile finde ich immer so ein bisschen schwierig. Zum Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal die Kritik an der Reform des Telemediengesetzes. Die Teilen haben wir als Grüne ja durchaus auf der Bundesebene auch geteilt. Wir müssen sehen und haben das auch durchaus mit Stolz gesehen, dass wir als Land Nordrhein-Westfalen einen sehr, sehr starken Beitrag dazu geleistet haben, dass dieses Gesetz, diese Klarstellung, was Steuererhaftung angeht, überhaupt zustande gekommen sind. Und natürlich kann man dann in der Bewertung durchaus sagen, wir sind nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, was die Große Koalition dann am Ende daraus gemacht hat. Aber es ist sicherlich eine gewisse Erleichterung dabei herausgekommen. So, diese Diskussion ist durch das EuGH-Urteil jetzt nochmal aufgeflammt. Das las sich, Sie hatten das vorhin zitiert, Kollege Lammler, die ersten Überschriften lasen sich ganz gut. Der EuGH hätte klargestellt, dass WLAN-Betreiber nicht für die Rechtsverstöße haften, die über ihr Netzwerk abgewickelt werden. Das Urteil bietet darüber hinaus, stellt darüber hinaus klar, dass es auch europaweit keinen Anspruch auf Schadenersatz gegen WLAN-Betreiber geben darf. Dass Abmahnkosten, Anwaltskosten für Abmahnungen nicht mehr umgelegt werden dürfen. Solche Klarstellungen sind durchaus positiv zu bewerten gewesen. Aber, und das ist dann eben die große Schattenseite an diesem Urteil, der EuGH ermächtigt auch den nationalen Gesetzgeber, Anordnung für Passwortsicherung für WLANs zu erlassen. Oder eben auch, das wäre dann noch schlimmer, WLAN-Betreiber könnten verpflichtet werden, vor Herausgabe des Passworts einen Identitätsnachweis zu verlangen. Und das ist natürlich, und da sind wir uns auch sehr einig, in der Praxis völlig untauglich. Wir wollen als Land Nordrhein-Westfalen den flächendeckenden WLAN-Ausbau vorantreiben. Wir wollen diesen Ausbau. Und dann muss man eben auch Möglichkeiten schaffen, sich schnell und unkompliziert unterwegs mobil einwählen zu können. Und das geht eben nur ohne WLAN-Perso. Wir wollen jetzt hingehen, das Urteil sehr genau prüfen und dann auch gemeinsam entscheiden. Ich finde, dafür ist auch die Debatte im Ausschuss dann mit Sicherheit sehr gut, welchen Handlungsbedarf es gibt. Kollege Vogt hat gerade schon betont, dass wir an vielen Stellen ja schon gemeinsam uns für offene WLAN-Netze in Nordrhein-Westfalen eingesetzt haben. Das sollten wir dann an dieser Stelle auch tun. Aber das hängt natürlich, wie das dann konkret aussehen kann, hängt sehr stark davon ab, was die Bundesregierung jetzt eigentlich mit diesem Urteil macht, ob sie sich für oder gegen offene WLAN-Netze positioniert. Wenn sie sich wieder gegen die Freifunkerinnen und Freifunker stellt und eben eine Registrierungspflicht einführt, dann werden wir uns dem natürlich entgegenstellen. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt mir nur noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Land sich in dieser Frage immer klar positioniert hat, inhaltlich sich in Berlin eingebracht hat, durchaus Erfolge erzielen konnte und dass wir eben in NRW früher, als die meisten anderen Länder uns auf den Weg gemacht haben, WLAN-Ausbau voranzutreiben, Freifunk zu unterstützen. Wir stehen da an der Seite der Freifunkerinnen und Freifunker, treiben diesen Ausbau voran und wir gestalten in Nordrhein-Westfalen den digitalen Wandel mutig und zuversichtlich. Und das ist auch gut so. Die Digitalisierung ist bei uns in guten Händen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Bolte. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Kollege Nücke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fand, lieber Kollege Lamner, gerade den Begriff Datensamarita fand ich sehr schön für die Freifunkinitiative. Und in der Tat leisten die ja einen wirklich engagierten, gemeinnützigen Beitrag. Klar ist, dass offene Wireless-Landnetze auch bedingen, dass diese möglichst frei, unbürokratisch und rechtssicher angeboten werden können. Und die im Antrag angesprochene Entscheidung des sicherlich in vielen Fragen sehr kompetenten EuGH wirft in diesem Zusammenhang logischerweise Fragen auf. Ein zentraler Punkt der Entscheidung vom 15. September war ja, dass ein Anbieter eines Funknetzes dazu verpflichtet werden kann, nun Nutzern des Netzes eine passwortgeschützte Anmeldung vorzuschreiben. Und ich halte es für richtig, dass die Antragsteller diesen Punkt problematisieren. Denn erstens ist das sogenannte Providerprivileg, also die Haftungsfreistellung für Zugangsanbieter von Rechtsverletzungen Dritter, ein wesentliches Merkmal der Internetordnung. Ein Durchbrechen dieser Ordnung für einen Teil der Zugangsanbieter wäre aus netzpolitischer Sicht nicht sinnvoll. Und zweitens ist die vom EuGH bezeichnete Maßnahme mutmaßlich auch ungeeignet zur besseren Rechtsdurchsetzung im Internet. Denn sobald sich mehr als ein Nutzer im Netz anmelden und mehrere Nutzer ihren Zugang gebrauchen, kann eine Rechtsverletzung auch bei vorheriger Anmeldung nicht mehr zu einer bestimmten Person zurückverfolgt werden. Trotzdem muss ich an diesen Punkt auf eine Stelle hinweisen. In einem Punkt ist nach wie vor Skepsis angebracht. Da darf man es sich, glaube ich, beim Thema Störerhaftung auch nicht so einfach machen. Denn diese ist Ausfluss höchstrichterlicher Rechtsprechung. Also sie kann nicht so einfach abgeschafft werden. Denn wenn Sie einem Rechteinhaber untersagen wollen, dass dieser die Durchsetzung etwa seiner geistigen Eigentumsrechte auf dem Klageweg versucht, das ihm versagen wollen, auf dem Rechtsweg, dann ist das schon natürlich der Axt. Das ist die Axt an den Rechtsstaat, die man da legt. Wir haben also auf jeden Fall im Ausschuss genug Diskussionsstoff, im Fachausschuss, deswegen stimmen wir auch der Überweisung zu. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir dieses Thema Störerhaftung wahrscheinlich noch in einigen Jahren auch hier weiter behandeln werden, weil es da, glaube ich, bis man das wirklich rechtssicher geklärt hat, noch länger hingehen wird. Und ich hoffe dann, dass die Antragsteller, auch wenn sie vielleicht dann mit dem Antrag nicht ganz erfolgreich sein werden, hier trotzdem uns bei der Diskussion dann noch am Stream folgen werden. Vielen Dank, Herr Nückel. Und für der Herr Schwert spricht nun als fraktionsloser Abgeordneter zum Thema. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Tribüne und in den Netzwerken. Es könnte so schön sein, ein flächendeckender, freier WLAN-Zugang im gesamten öffentlichen Raum. Und technisch wäre das gar kein Problem. Überall, wo ein Internetanschluss zur Verfügung steht, könnte man auch ein offenes WLAN einrichten. Das kostet fast gar nichts und bringt so viele Vorteile für den Tourismus, für die öffentliche Daseinsvorsorge, gegen die digitale Spaltung der Gesellschaft. Doch da steht eine einzelne Industrie im Weg, die ihre althergebrachten Vertriebswege in Gefahr sieht. Dabei gibt es überhaupt kein Beleg, dass freie WLANs in nennenswertem Zusammenhang mit ihren Produkten stehen. Die rechte Verwertungsindustrie nutzt bizarre Rechtskonstrukte und verhindert damit freie WLANs überall. Das ist ein absoluter Anachronismus und gibt es in dieser Form nur für Ihre Ansprüche. Jetzt sollen Rechteinhaber also die Möglichkeit bekommen, WLAN-Anbieter gerichtlich gegen Ordnungsgeld zu zwingen, Rechtsverletzungen abzustellen, so der Europäische Gerichtshof. Wie Hotspot-Betreiber das tun sollen, ist völlig unklar. Denn auch mit Passwortschutz und Identitätskontrolle kann man das weder verhindern, noch im Nachhinein aufklären. Es entsteht also wieder einmal neue Rechtsunsicherheit für Betreiber freier WLAN-Netzwerke. Und genau das hatten wir schon. Genau das ist der Grund, warum es mit dem offenen Internet, mit freiem Wissen und freier Kultur hierzulande nicht weitergeht. Was soll denn ein Passwortschutz bringen? Wenn man offene Netze mit Passwörtern verschließt, muss man diese den Nutzern ja doch irgendwie öffentlich mitteilen. Dann hängen also Schilder mit Passwörtern aller Orten. Oder man nimmt gleich den Netzwerknamen als Passwort, wie sich das in vielen Ländern schon eingebürgert hat. Das Einzige, was man damit erreicht, ist neue Rechtsunsicherheit und Verschlechterung der Benutzerfreundlichkeit. Wie soll das illegale Uploads verhindern? Einen absoluten Schutz vor Missbrauch von Technik gibt es nicht. Narren sicher geht nicht, denn Narren sind einfallsreich. Wer mit juristischen Mitteln die Verwender von Technologie dazu zwingen will, jeden Missbrauch von vornherein auszuschließen, hat das nicht verstanden. Er bringt sie damit nur in eine unmöglich zu erfüllende Situation. Und da kann die Industrie noch Dutzendmal mit dem Fuß aufstampfen und das wollen. Gerichte sollten da nicht mitmachen. Wer da auch nicht mitmachen sollte, ist der Gesetzgeber. Und das richtet sich an die Landesregierung mit ihren Möglichkeiten im Bundesrat. Lassen Sie sich nicht für dumm verkaufen. Hören Sie auf mit Lippenbekenntnissen. Bringen Sie endlich das Providerprivileg für alle WLAN-Anbieter auf den Weg. Das ist echt kein Hexenwerk. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Und nun spricht für die Landesregierung Herr Minister Lersch-Mense. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, eine Million Euro, darauf ist schon hingewiesen, investiert die Landesregierung, damit Freifunkinitiativen an bis zu 100 landeseigenen Gebäuden offene WLAN-Netze einrichten können. Das tun wir, weil wir natürlich glauben, dass solche freien Zugänge ins Internet wichtig sind, dass sie möglichst flächendeckend vorhanden sein sollten. Und wir dazu einen eigenen Beitrag leisten wollen, auch als ausdrückliche Ermutigung an andere diesem Beispiel zu folgen. Deshalb haben wir uns auch für eine Abschaffung der Störerhaftung eingesetzt. Wir haben auf Bundesebene intensiv an der Entwicklung eines neuen Telemediengesetzes mitgearbeitet. Dass nun das Providerprivileg für alle Anbieter offener Netze gilt, ist nicht zuletzt, Herr Schwert, auch der Initiative der NRW-Landesregierung zu verdanken. Der Schutz Verhaftungs- und Unterlassungsansprüchen ist jetzt in der Gesetzesbegründung ausdrücklich als Zielsetzung benannt. Wir haben uns auch dafür stark gemacht, dass offene Netze nicht mit einem Passwort geschützt werden müssen. Am 27. Juli 2016 ist die Novelle des Telemediengesetzes nun in Kraft getreten. Die Fraktion der Piraten kritisiert in ihrem Antrag, dass trotzdem noch Abmahnungen möglich seien. Mir sind allerdings bisher keine konkreten Fälle, Herr Lamla, von entsprechenden Verfahren oder gar Urteilen bekannt. Wir werden die weitere Entwicklung abwarten müssen. Ich gebe aber gerne zu, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 9. September 2016, auf das Ihr Antrag ja auch Bezug nimmt, hier neue Fragen aufwirft. Der EuGH musste entscheiden, inwieweit das Prinzip der Störerhaftung europäischen Richtlinien zuwiderläuft, also europäischem Recht widerspricht. Im Zuge dessen hat er zunächst einmal bestätigt, dass Anbieter nicht auf Schadensersatz haften. Wenn aber aus einem offenen WLAN-Netz Rechtsverletzungen begangen werden, sagt der EuGH, der Schutz dieses Anschlusses durch ein Passwort kann grundsätzlich eine geeignete Maßnahme sein, um wiederholte Rechtsverletzungen zu verhindern. Damit scheint der Passwortschutz wieder im Gespräch zu sein. Das löst sicherlich Unsicherheit aus bei denen, die offene Internetzugänge ausbauen, nicht zuletzt auch mit Förderung der Landesregierung. Aber der EuGH schreibt diese Maßnahme natürlich keineswegs zwingend vor. Er sagt nur, dass sie nach europäischem Recht nicht ausgeschlossen wäre. Nach unserer Bewertung lässt die Novelle des deutschen Telemediengesetzes auch keinen Raum mehr für Unterlassungsansprüche. Daran ändert auch das EuGH-Urteil nichts. Sicherungsmaßnahmen, wie sie das Urteil beschreibt, sind nach deutschem Recht nicht mehr erforderlich. Wir müssen jetzt abwarten, ob die Gerichte auch diese Rechtsauffassung bestätigen. Aber ich bin da durchaus optimistisch. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedenfalls aus unserer Sicht eine groß angelegte politische Initiative nicht angebracht. Aber die Landesregierung teilt grundsätzlich die Ziele der antragstellenden Fraktion. Auch wir wollen offene Netzzugänge. Auch wir wollen deshalb keine Störerhaftung und keinen Passwortzwang. Sie können sicher sein, wir werden sehr genau beobachten, wie deutsche Gerichte das neue Telemediengesetz anwenden, wie sie mit dem Urteil des EuGH umgehen. Und sollte es dann nötig werden, werden wir sofort auch politisch aktiv werden, im Sinne einer Fortsetzung unserer Politik für offene Netzwerke. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Lars-Mense. Weitere Wortmeldungen gibt es nicht. Es gibt aber einen Vorschlag, nämlich der Elstenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags, Drucksache 13.030, an den Ausschuss für Kultur und Medien, federführend, sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Abschließende Abstimmung im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wer stimmt der Überweisung zu? Gibt es dagegen Stimmen zu? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist einstimmig so überwiesen. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.